Der Punkt, der auch vorhanden ist, sind nicht nur die Schuldgefühle, sondern auch das Nicht-Aufgeben-Wollen von Hoffnung. Also das habe ich als Psychotherapeutin am häufigsten erlebt, dass auch erwachsene Kinder quasi ihr Leben lang der Anerkennung ihrer Eltern hinterherlaufen und diese einfach nicht bekommen. Herzlich willkommen hier auf der Psycho-Couch. Steffi und ich haben es uns gemütlich gemacht. Heute geht es um die Trennlinie zwischen uns beiden. Wir haben doch gar keine Couch, das sind alle zwei Sessel, oder? Ja, warum heißt das Ding eigentlich Psycho-Couch? Komisch. Wir haben ja umgestellt, zuerst hatten wir ja immer eine Couch. Stimmt, das fällt uns jetzt auch. Was sind das ja die als Psycho-Sessel? Herzlich willkommen auf den Psycho-Sesseln. Es geht heute auf jeden Fall um Abgrenzung, darum passt das ganz gut hier auf den Sesseln. Vor allem eine Abgrenzung, die vielleicht für viele sehr, sehr schwer ist, weil man sich auch immer so verpflichtet fühlt, Abgrenzung zur eigenen Familie. Und manchmal merkt man, und ich finde immer, wenn man so auf seiner eigenen Reise ist, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, in Sachen Psychologie, ich bin schon so weit und spätestens bei dem nächsten derben Familienfest merkt man, dass man so genau in die alten Themen wieder reinrutscht. Und manchmal kann das ja auch von der Dynamik her sehr toxisch sein. Und man denkt sich so, okay, ich habe hier einfach keine Lust mehr drauf. Wann, glaubst du, ist es Zeit, sich abzugrenzen? Ganz, ganz schwierige Frage. Also vor allen Dingen da, wo man immer wieder Gering-Schätzung oder echte Abwertung erfährt. Und die Frage ist ja auch, was ist Familie? Reden wir jetzt von Geschwistern? Reden wir von den eigenen Eltern? Großeltern. Großeltern, Tante, genau. Also nehmen wir mal zum Beispiel die eigenen Eltern. Ich kenne eben nicht wenig Fälle, wo die Mutter oder der Vater oder beide eben sehr, sehr abwertend sind. Ja, man immer wieder, ja, eigentlich gekränkt wird. Du hast ja nichts gebracht und guck mal der und guck mal der. Und wo man jedes Mal wieder mit einer großen Kränkung davonfährt. Und dabei fällt mir eben auch ein, ein wichtiges Thema ist sicherlich auch, darauf können wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen, was ist das denn, wenn es nur ein Elternteil ist und ich mit dem anderen eigentlich klarkomme. Das sind ja so ganz diffizile Themen. Der Punkt, der auch vorhanden ist, sind nicht nur die Schuldgefühle, sondern auch das Nicht-Aufgeben-Wollen von Hoffnung. Also das habe ich als Psychotherapeutin am häufigsten erlebt, dass auch erwachsene Kinder quasi ihr Leben lang der Anerkennung ihrer Eltern hinterherlaufen und diese einfach nicht bekommen. Das ist so krass, wenn du das sagst, weil ich erlebe es immer wieder, dass mein Vater am Tisch meines Opas sitzt und der hat ziemlich viel Ablehnung erfahren. Also das wird ja von Generation zu Generation oft weitergetragen. Dieses, ah ja, geht noch ein bisschen besser und dann gibt es immer noch einen Kritikpunkt. Und wie mein Vater, ich sehe es dann immer in seinem Gesicht, aufblüht, wieder verwelkt, wieder aufblüht, wenn mein Opa so ist, so fies. Und irgendwann musst du in den Generationsfolgen damit brechen. Aber es ist genau das, was du beschreibst. Ja, und in krassen Fällen muss man dann halt wirklich sagen, okay, ich unterbreche jetzt mal den Kontakt oder ich beende ihn wirklich. Wann das der Punkt ist, erlebe ich ganz oft, dass die Leute das ganz gut beurteilen können, wenn sie es mal von der Vernunft aus betrachten. Weil die Emotion ist so die eine Sache, die Hoffnung, die Trauer, der Schmerz. Und auch die Verpflichtung, das ist so das Emotionale. Und Emotionen geben uns auch immer Handlungsvorschläge. Die Trauer sagt, nee, da kannst du jetzt nicht loslassen. Oder die Hoffnung sagt, versuch es doch nochmal, versuch es doch nochmal. Und der Kopf, der diese Emotion nicht hat, also mit Kopf meine ich jetzt unseren reinen Verstand, den frontalen Kortex und nicht die Emotionen im limbischen System, der sieht ja oft sehr viel klarer. Und wenn der Kopf sagt, pass mal auf, immer wieder, immer wieder rennst du dir eigentlich eine blutige Nase, immer wieder rennst du ins Messer und der Kopf sagt, im Grunde tut es dir wirklich nicht gut, dann hat der Kopf in den meisten Fällen recht. Allerdings sollte man auch immer mal selber gucken, was trage ich vielleicht dazu bei. Also ich erinnere mich an einen Fall, der war bei uns ja, oder bei mir in Stahl, aber herzlich. Den habe ich sogar auch in meinem neuen Buch erzählt. Den finde ich eigentlich sehr, sehr gut. In Wer wir sind, hast du nur erzählt. Genau. Da geht es um, ich meine, sie heißt Sarah, die super wütend auf ihre Mutter ist. Und die hat sich immer so von ihrer Mutter gewünscht, dass die Mutter mehr emotional auf sie eingeht, die Mutter auch sie besser versteht. Und die Mutter hat sie immer nur auf einer äußeren Ebene versorgt. Also leckeres Essen, Kleider als Kind oder auch viele Geschenke. Und in dem Gespräch wurde für mich eigentlich als Psychologin ziemlich früh klar, dass die Mutter wahrscheinlich traumatisiert ist. Also es gab sehr viel, was sie ja für sprach. Vor allen Dingen dieses reine Versorgung auf äußerer Ebene und diese geringe emotionale Schwingungsfähigkeit, die hast du oft bei Traumatisierten, weil die früh gelernt haben, aus emotionalen Überlebensgründen ihre Emotionen irgendwie abzuspalten. Und gerade bei Traumatisierten ist dieses Thema äußere Versorgung, Dach über dem Kopf, genügend Essen, also diese Grundbedürfnisse zu sichern, sehr im Vordergrund. Und als Sarah so klar wurde, ja, die Mama ist wahrscheinlich traumatisiert, konnte sie ihre innere Haltung verändern. Das heißt, sie hat diese Erwartung, die Mama ist mir so wichtig, dass sie mich versteht, dass sie mit mir schwingt, dass sie Empathie hat. Diesen Anspruch einfach fallen lassen. Das ist die Art und Weise, wie meine Mutter mir zeigt, dass sie mich liebt. Das heißt, sie hat die innere Haltung verändert und dadurch konnte sie plötzlich selber auch mal Empathie für die Mutter haben und sagen, meine Güte, die hat es ja auch nicht leicht mit mir. Ich bin immer nur wütend, ich bin immer nur am Schimpfen und ich bin noch ihre einzige Tochter und konnte, ohne dass sie auch nur ein Wort mit der Mutter geklärt hat, weil die Mutter hatte ja in dem Sinne nicht dieses Reflexionsvermögen, konnte sie eigentlich ihre Beziehung zu ihrer Mutter heilen. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass man eben seine eigenen Anteile in dem Sinne hinterfragt. Erwarte ich viel zu viel? Bin ich eigentlich auch immer wirklich gerecht? Ist es wirklich auch immer gerecht? Aber es ist ein ganz schmales Schwert, weil es gibt eben auch die andere Seite, wo Kinder ihre Eltern viel zu viel entschuldigen, weil sie immer wieder die Brücke, immer wieder die Brücke bauen. Und das haben sie schon als kleine Kinder getan. Sie haben immer sich angestrengt und immer dafür die Verantwortung übernommen, mit ihren Eltern klarzukommen und tun als Erwachsene immer noch, indem sie immer wieder Brücken bauen und sich dadurch auch gar nicht gesund lösen können. Und gesund lösen heißt ja auch nicht, dass man den Kontakt unbedingt abricht, sondern dass man sich wirklich traut, seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, und dafür muss ich erst mal meinen eigenen Weg erfüllen und meine Grenzen kennen. Und ganz, ganz viele Menschen sind ja gar nicht so mit sich in Kontakt und wissen gar nicht, wo ist die eigene Grenze überhaupt? Wie kann ich dahin mehr kommen, zu spüren, okay, das ist jetzt meine Grenze und du bist da gerade rübergegangen? Richtig, genau. Und das kommt eben sehr oft auch aus dieser Überanpassung, dass man schon als Kind immer so angepasst war und überangepasst war und immer sehr viel Verantwortung übernommen hat. Und daraus resultiert ja auch nicht selten, dass Menschen lieber innerlich daran festhalten, dass sie selbst nicht okay sind, dass sie nichts wert sind, also an negativen Glaubenssätzen, weil sie sich nicht trauen, sich einzugestehen, dass es teilweise wirklich schwierig mit den Eltern war und dass diese Glaubenssätze eigentlich gar nicht zu ihnen gehören. Die wollen sich damit gar nicht auseinandersetzen. Also diese Loyalität von Kindern zu Eltern, die ist oft fast unerschütterlich. Und wenn man aber immer, immer loyal ist und sich nicht traut, auch mal auf die eigenen Eltern kritisch zu gucken und sich damit eben auch mit seinen eigenen Prägungen auseinanderzusetzen, das kann ich aber nur, wenn ich mir eingestehe, ja, in dem Punkt war meine Mutter wirklich nicht einfach. Und dadurch habe ich so einen blöden Glaubenssatz. Also wenn ich das nicht traue, in diese Distanz zu gehen, bleibe ich auch immer in so einem ungesund gebundenen Verhältnis. Genau, diese Mischung, dieses zweischneidige Schwert ist es, zu gucken, wo trage ich Verantwortung, was erwarte ich von meinen Eltern, was meine Eltern vielleicht gar nicht leisten können, wenn zum Beispiel die Elternteile kriegstraumatisiert sind oder manchmal auch von kriegstraumatisierten Menschen erzogen wurden. So ein Trauma wird ja auch dann indirekt weitergegeben. Das Trauma, was die Käseglocke über die Gefühle setzt und damit überhaupt Überleben möglich macht, das finde ich ganz wichtig. Das geht einem ja auch manchmal in Beziehungen. So, du musst doch meine Bedürfnisse erkennen. Wie soll der andere die Bedürfnisse erkennen, wenn man sie nicht kommuniziert? Was ich da ganz wichtig finde, und dann ist es auch leichter, sich abzugrenzen, ein paar Sachen mal zu probieren, also den Eltern auch eine Chance geben und nicht immer erwarten, wenn ich immer dasselbe mache, muss irgendwann ein anderes Ergebnis rauskommen, sondern verschiedene Sachen. Das ist ja ganz häufig, dass wir immer dieselbe Strategie fahren, also zum Beispiel immer wieder erwarten, Mensch, Mama, verstehe doch mal oder Papa, anerkenn doch mal meine Bedürfnisse oder meine Erfolge auch und mich dann beleidigt zurückziehe, wenn das mal wieder nicht der Fall ist. Und jedes Mal dasselbe, anstatt einfach mal die Strategie zu ändern, zum Beispiel mal auf die Meta-Ebene zu gehen und zu sagen, ich würde mir das wünschen oder also wirklich mit den Eltern zu kommunizieren oder eben auch, wie es Sarah gemacht hat, sich zu überlegen, was ist da los und sich eine andere Haltung anzugewöhnen und aufzuhören, immer zu hoffen, etwas zu bekommen, was man nicht kriegen kann, weil die eigenen Eltern ja auch in ihrem neuronalen Gitterbett sozusagen gefangen sind. Und was die Mutter von der Sache sich noch nicht mal selber geben kann. Richtig. Wie soll man es denn jemand anderem geben? Steffi, was sind jetzt drei gute Tipps für Abgrenzung? Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, die Erwartungshaltung zu verändern, wenn Kommunikation scheitert. Also wenn man sagt, ich kann darüber mit meinen Eltern reden, kann man sich gemeinsam mit den Eltern weiterentwickeln. Wenn die Eltern aber so sind, dass es ganz schwierig ist, mit ihnen das Gespräch zu führen, weil sofort abwehren, viele Eltern haben wahnsinnige Schuldgefühle, bauen sofort eine Mauer auf oder weil sie einfach selbst nicht so reflektionsfähig sind, dann ist es wichtig, einfach die Erwartungen zu verändern und ganz viel einfach von dem, wo man selber gekränkt ist, mehr bei den Eltern zu belassen, nicht zu sagen, ich werde nicht anerkannt, ergo bin ich nicht gut genug oder meine Eltern lieben mich nicht, sondern zu sagen, hey, mehr können sie mir nicht geben und das wirklich mehr bei ihnen zu belassen und dadurch meinen Selbstwertgefühl einfach auch zu entlasten. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Form, also dass man an seiner inneren Haltung arbeitet, aber auch vielleicht gewisse Gesprächsthemen auch meidet und oder sich auch gewisse Antwortstrategien einfach mal zurechtlegt. Wenn man genau weiß, das Thema wird wieder da und dahin kommen, die Mutter fragt zum hundertsten Mal, wann es denn endlich Enkel gibt und man selber hat vielleicht da einen wunden Punkt, weil man entweder zum Beispiel eigentlich auch Kinder möchte, aber leider keinen richtigen Partner findet oder einen unerfüllten Kinderwunsch hat oder man selbst will überhaupt keine Kinder kriegen und fühlt sich dadurch aber immer unter diesem Druck, Enkel zu produzieren, dass man sich einfach mal in Ruhe ein paar richtig gute Antworten zurechtlegt, die man dann einfach auch parat hat. Zum Beispiel, und die müssen auch nicht besonders witzig oder originell oder tiefgründig sein, einfach zu sagen, Mama, ich verstehe, dass du dir das sehr wünschst, aber ich muss halt meinen eigenen Weg auch in meinem Leben gehen und ich bin nicht auf der Welt, um deine Erwartungen zu erfüllen. Zum Beispiel, oder er sagt, Mama, du weißt doch, dass es ein ganz wuner Punkt für mich ist. Lass es doch bitte und ich möchte nicht. Also man wirklich auch sagt, ich möchte nicht mehr, dass du das thematisierst. Also dass man auch wirklich mal klare Grenzen für sich kommuniziert. Ja, und das fängt ja schon ganz früh im Kindesalter an. Ich lese mit meiner Tochter gerade ein Buch. Das heißt, ich glaube, Max sagt Stopp. Und da ist es immer, halt Stopp, ich will das nicht. Und eigentlich lernen wir Abgrenzung ja schon in der Kindheit. Und das ist nochmal wie eine Fremdsprache lernen, wenn wir das nie gelernt haben. Und das auch zu üben und zu gucken, was passiert, weil dahinter steckt ja ganz oft die Angst, hey, der andere mag mich dann nicht mehr, wenn ich mich abgrenze. Empfiehlst du auch, bei manchen Elternteilen zu sagen, den Kontakt komplett abzuschneiden und zu sagen, gar nicht mehr sehen? Ja, manchmal ist das wirklich das Beste. Also wenn die Beziehungen sehr, sehr schwierig sind. Und es gibt ja auch wirklich schreckliche Eltern und schreckliche Kindheiten manchmal. Also wo die Eltern wirklich sehr abwertend, geradezu sadistisch sind oder auch misshandelnd waren oder was auch immer. Wo es wirklich sehr, sehr heilsam sein kann, den Kontakt abzubrechen. Und vor allem, was ja so wichtig ist, Eltern können ja ganz viel wiedergutmachen, wenn sie die Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen. Wenn sie sagen, hey, das tut mir total leid. Ich habe damals viele Fehler gemacht. Ich würde heute so nicht mehr handeln. Also Eltern können ganz viel wiedergutmachen. Aber es ist nicht immer auf Seiten der Kinder und deren Verantwortung ihre Eltern zu entschuldigen und zu sagen, ja, die hatten es ja auch so schwer und, und, und. Sondern es ist dann einfach auch mal auf Seiten der Eltern, wenn wirklich viel schief gelaufen ist, dafür die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, bitte brich nicht den Kontakt ab oder sich wieder anzunähern und sagen, es tut mir ja wirklich leid. Es war ganz schlimm, was ich damals gemacht habe. Wenn es denn so war. Aber ich möchte vielleicht auch als Letztes nochmal hinzufügen, das ist mir auch ein Anliegen. Es gibt aber auch Kinder, die ihren Eltern ziemlich unrecht tun. Das gibt es natürlich manchmal auch. Also man muss schon auch immer hingucken mal, was ist vielleicht auch mein Anteil, dass die Situation sehr schwierig ist oder wo unterstelle ich meinen Eltern permanent etwas, was gar nicht zu denen gehört. Das gibt es auch, das stimmt. Es ist so ein vielfältiges Thema. Es ist schwierig, schwierig, schwierig. Wie Beziehungen. Also einfach Beziehungen sind immer einfach. Schwierige Beziehungen sind schwierig. Es gab doch mal, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Das Learning aus dieser Folge. Alle glücklichen Beziehungen ähneln sich. Unglückliche Beziehungen sind immer anders oder sind so. Wow. Es ist halt schwierig. Ja, irgendwie gibt das Leben uns immer wieder richtig tolle Entwicklungschancen. So heißt es doch. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch Kommentare habt zur Folge, dann postet die gerne. Oder wenn ihr einen Themenwunsch habt, dann auch gerne posten. Und ihr findet uns natürlich nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Instagram. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.